Bei Kennzahlen und Kennzahlensystemen gibt es immer wieder Unsicherheiten und Schwierigkeiten. Die einen verwenden sie überhaupt nicht, andere haben Schwierigkeiten, die passende Kennzahl zu finden. Wieder andere wissen zwar, was sie wollen und brauchen, kommen aber nicht an die Daten heran. Dieses Video ist der Auftakt einer kleinen Serie zu Kennzahlen und Kennzahlensystemen, bei denen ich Schritt für Schritt auf die verschiedenen Aspekte eingehe und Lösungen für die typischen Probleme zeige. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Beginnen wir mit der Frage, was ist denn eine Kennzahl und warum braucht man eigentlich überhaupt Kennzahlen? Es gibt in der Literatur keine einheitliche Definition, aber man kann sich allgemein auf folgende Definitionen vielleicht verständigen. Eine Kennzahl ist ein quantifiziert angegebenes Merkmal zu einer im jeweiligen Zusammenhang wichtigen Bedeutung und verdichten das Wissen über die Realität. Oft werden Sie mit Einheiten versehen. Also es geht um einen Wert, den man in Zahlen ausdrücken kann, der wichtig ist und oft eine Einheit hat. Jetzt denken Sie mal an das letzte Ergebnis Ihres Sportvereins. Da stand dann vielleicht 3 zu 1 Tore beim Fußball oder 5,16 Meter im Weitsprung. Sie sehen den numerischen Wert und die Einheit. Und die Kennzahl über das Torverhältnis oder die Distanz ist wichtig, weil sie anzeigt, wer das Spiel oder den Wettkampf gewinnt. Und so ist es auch im Unternehmen. Eine Kennzahl verdichtet das Wissen über einen Sachverhalt im Unternehmen. Das kann jetzt das Auftragsvolumen sein oder die Anzahl von Neukunden. Warum sind Kennzahlen jetzt wichtig? Interessenten sollen sich aufgrund von Kennzahl Meinungen bilden, Beurteilungen abgeben, Rangfolgen herstellen, eine Auswahl treffen oder eine Entscheidung fällen können. Also eine Kennzahl zieht immer eine Konsequenz nach sich. Und wenn es die Meinung ist, dass der Klub adept ist, weil er wieder nicht so gespielt hat, wie man es als Klubberer erwarten könnte. Spaß beiseite und das ist wirklich wichtig. Wenn im Unternehmen Kennzahlen erhoben und aufbereitet werden und keine Konsequenzen nach sich ziehen und vielleicht überhaupt nicht gelesen oder wahrgenommen werden, dann ist das für die Katz arbeiten. Japanisch Muda. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe hunderte von Reports, Berichten und Kennzahlen im Unternehmen gesehen, die keinen Menschen interessiert haben. Aber die Damen und Herren im Controlling waren schwer beschäftigt. Jetzt überlegen Sie mal für sich selbst, welche Kennzahlen und Berichte Sie morgen abschaffen. Ich bin mir ganz sicher, Ihnen fallen sofort einige ein. Zum Thema für die Katz arbeiten habe ich hier ein wunderbares Video für Sie. Schauen Sie mal mit rein. Das sind die acht schönsten Arten für die Katz zu arbeiten, ich bin dargestellt. Das andere Extrem ist natürlich, sein Unternehmen oder seinen Verantwortungsbereich ganz ohne Kennzahlen zu führen. Es wäre also so wie Autofahren ganz ohne Anzeigen für Geschwindigkeit oder die Tankfüllung. Das kann man machen, ist aber nicht so ganz sinnvoll, sondern vielleicht eher riskant. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Kennzahlen. Absolute Kennzahlen und relative Kennzahlen. Eine absolute Kennzahl ist zum Beispiel der Gewinn, nach der Gewinn-Verlust-Rechnung ausgewiesen, eines Unternehmens. Zum Beispiel 100.000 Euro. Eine relative Kennzahl wird in Beziehung zu einer anderen Kennzahl gesetzt. Zum Beispiel die Umsatzrendite als Division des Gewinns von den 100.000 Euro durch den Umsatz von einer Million Euro. Ergibt dann eben 10% Umsatzrendite. Neben der Einteilung in absolute und relative Kennzahlen gibt es auch noch die Einteilung in vorauseilende und nachlaufende Kennzahlen. Auf Englisch nennt man das dann Leading und Leading Indicators. Was versteht man unter Leading und Leading Indicators? Nachlaufende Kennzahlen zeigen einen Sachverhalt nach dessen Eintritt an und sind damit nicht mehr zu ändern. Der festgestellte Jahresumsatz des Vorjahres ist nachträglich nicht mehr zu ändern, weil die Zeitperiode einfach abgelaufen ist. Ebenso wie die Geburtenrate, denn die Kinder sind ja jetzt schon auf der Welt. Vorauseilende Kennzahlen prognostizieren Umstände, die in der Zukunft eintreten werden und zeigen Veränderungen an, bevor diese eintreten. Der Auftragseingang ist eine vorauseilende Kennzahl für den künftigen Umsatz. Die Geburtenrate ist eine vorauseilende Kennzahl für den Bedarf zum Beispiel von Lehrern. Was ist jetzt ein typisches Einsatzgebiet von Kennzahlen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Eine Kennzahl alleine macht wenig Sinn, daher vergleicht man sie immer in der Regel mit einem zweiten Wert. Hier gibt es drei Kategorien. Die erste Kategorie ist der Vergleich zu einer vorhergehenden Zeitperiode, also zum Beispiel zum Vormonat oder zum Vorjahr. Ein ganz typisches Beispiel sind hier Umsatzvergleiche zum Vormonat, zum Vorquartal oder zum Vorjahr. Die zweite Kategorie ist der Vergleich zu einem Sollwert, zu einem Zielwert. Man kann also zum Beispiel den Pressdruck einer Maschine sein, der hat einen bestimmten Sollwert, mit welchem Druck der angepresst werden sein soll, oder die Stückzahl eines Produktes, die in einer Geschichte gefertigt werden soll. Da gibt es also auch dann Zielvorgaben, wo man eben zum Beispiel 5000 Stück eines bestimmten Produktes in einer Schicht zu fertigen hat. Und dann muss man eben schauen, ob man es schafft. Die dritte Kategorie bezieht sich auf Kennzahlen, die man mit einer Vergleichsgruppe betrachtet. Man spricht hier vom sogenannten Benchmarking. Das ist zum Beispiel ganz typisch bei Vergleichen innerhalb einer Branche. Der Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche einer Buchhandlung im Vergleich zu anderen Buchhandlungen der gleichen Größe. Kennzahlen werden also oft in sogenannte Kennzahlensysteme eingebunden. Das heißt, verschiedene Kennzahlen in Abhängigkeit zueinander dargestellt, oft wie so ein Baum. Kennzahlensysteme sind strukturierte Zusammenfellungen eben von Kennzahlen, die verwendet werden, um die Leistungen und den Zustand eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Wirtschaftseinheit zu überwachen, zu analysieren und zu steuern. Und diese Systeme ermöglichen es, komplexe Informationen in einer verständlichen und handhabbaren Form darzustellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Nachdem es in diesem Video um die Basics von Kennzahlen als solche ging, gehe ich im nächsten Video auf die Details von Kennzahlensystemen ein. Also, was sind die Merkmale von Kennzahlensystemen, welche Arten gibt es und was sind zum Beispiel konkrete Vorstellungen und Beispiele. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.